Mein Name ist Andreas Hallensbach. Ich bin bei Coop verantwortlich für das Früchte- und Gemüse und Schneeblumen. Ich bin besonders stolz auf unseren Multibag, aber auch auf die Herdöpfchenverpackungen, die wir kürzlich auf Papiere umgestellt haben. An meinem Job begeistert mich am meisten, dass ich jeden Tag etwas besser machen kann. Für unsere Kunden, für das Produkt, für die Verpackung, aber auch für unsere Produzenten. Wir werden auch weiterhin alles setzen, um die Verpackungen zu reduzieren und, ob die Verpackung nötig ist, eine nachhaltige Lösung anzubieten. Taterdrang ist für mich, mit Freude, Leidenschaft und Begeisterung neue Themen anzupacken.